Ich bin heute hier auf dem Werksgelände auf dem Littauer Boden, weil ich fordere, dass es keine Entlassungen gibt von der SteelTech. Wir sind als Kommission mit ein paar Leuten hierhergegangen als solidarische Unterstützung für die Mitarbeiter von SwissTeal. Was ich von der SwissTeal SteelTech erwarte, ist, dass es sicher mal keine Kündigungen gibt, dass sie uns behalten können. Stahl ist ein mega wichtiger Baustoff für unsere Gesellschaft. Es ist eigentlich so ein zentraler Baustoff für den Ausbau von jeglicher Infrastruktur. Und von dem her ist es mega wichtig, dass wir eine lokale und eine nachhaltige Stahlproduktion haben. Vor Vorstein geht Eisendriff, unser Stahl aber nicht! Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet, dass die Leute überhaupt gekommen sind. Und gezeigt haben, dass sie den Willen haben, hier weiterzumachen. Und wo möglich nach einer guten und effizienten Lösung suchen können. Na klar hat man es kalt, es regnet, man ist durchgenessen, aber es macht nichts. Dafür macht man es.